für die fans man sieht wie einfach das geht hier der kapitän legt vor und dann kommt dieser abschluss und das ist der eingewechselte es ist der mann der im sudan meister wurde im iranischen top team stand schon in jungen jahren der zweitbeste tor schütze der afc youth meisterschaft 2006